Hallo und herzlich willkommen zu der Geburtstagsfolge von dem Geburtstagskind Melissa und dem Nicht-Geburtstagskind Flo. Ich hatte gestern Geburtstag und ich kann jetzt, das Ding ist, ich bin jetzt gerade noch glücklich, weil es ein Tag vor meinem Geburtstag ist. Und wenn der Tag erstmal morgen rum ist, werde ich wahrscheinlich nicht so enthusiastisch sein, weil man denkt, es kommt darauf an, was Florian Gerl alles organisiert hat für meinen Quarantäne-Geburtstag. Ich habe Melissa das Intro überlassen. Wir haben heute Dienstag, den 24. Das ist ihm sehr schwer gefallen. Wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich Donnerstag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast 2020. Melissa wurde gestern 28 Jahre alt. Wir müssen nicht nur bald den Namen des Podcasts ändern, sondern wir werden auch mit den Themen... Auch den Partner. Wir werden auch mit den Themen fortschreiten und natürlich auch mitwachsen. Wie geht es euch? Wir hoffen, euch geht es gut. Ihr übersteht, in Anführungsstrichen, übersteht die Quarantäne oder das Zuhausebleiben so gut wie möglich. Wir besprechen natürlich heute... Es ist... Wir kommen nicht drum rum. Nee, ich habe auch gerade überlegt, in welchem Stadium waren wir letzte Woche? War das schon Quarantäne? Nö, doch. Nee, wir haben noch gesagt, wir wissen nicht, ob wir überhaupt noch joggen gehen sollten zu zweit, was man ja immer noch darf, in Anführungsstrichen, oder zumindest alleine. Aber es hat sich schon viel getan. Zum Beispiel kam, stand jetzt Dienstagabend und schon Sonntag beschlossen, die sogenannte Kontaktsperre. In den meisten, in allen Bundesländern, jedes Bundesland konnte diese Bestimmung oder kann sie immer noch verschärfen, wenn sie wollen. Und ja, man muss jetzt einfach abwarten und hoffen, die Zahlen haben sich jetzt wohl zum ersten Mal nicht so stark verdoppelt wie noch am Wochenende. Die Süddeutsche Zeitung, mal kurz eine Empfehlung, hat online immer so eine Art Tabelle, wo man sieht, wie schnell sich in den Ländern die Quote mit den offiziell Angesteckten verdoppelt. Das ist ganz interessant zu sehen und da siehst du quasi auch, geht der Trend zurück oder schreitet der Trend fort. Guck mal, wie schnell das jetzt ging, dass ich noch über meinen Geburtstag reden wollte und Florian Gerl schon direkt im Kontext von Corona drin war. Nicht einmal konnte ich den Moment für mich genießen hier, meinen Podcast-Moment. Weißt du, was du verstehen musst beim Geburtstag? Was denn? Du hast Geburtstag und dann interessiert es dich für deinen Teil vielleicht, aber die Hörer interessiert es nicht. Ja, aber ich freue mich doch jetzt nicht über jeden einzelnen Menschen, der Geburtstag hat. Glaub mir, wir können das gerne in der Abstimmung machen. Das ist wichtig. Okay, ihr wisst alle, wie wichtig Melissa das ist, dass sie Geburtstag hatte gestern. Jetzt erwähnen wir es nochmal. So wichtig ist mir das eigentlich nicht. Doch, man merkt, dass es dir sehr wichtig ist. Nein, so wichtig ist mir das nicht. Ich habe noch nicht einmal erzählt, dass ich irgendwann, ich habe nur nicht mal gesagt, dass ich wahrscheinlich letztes Jahr mal nicht Geburtstag hatte. Also, ich komme schon damit klar, dass ich mein... Du kommst gar nicht damit klar. Doch, ja, also ich habe ja nur geweint, weil meine Mutter nicht kommen konnte. Stimmt, Melissas Mutter kann leider nicht kommen. Wir hatten ursprünglich vor, zu dritt zu feiern. Aber ihr wisst selber, safety first. Am besten auch keinen Kontakt mit euren Eltern, auf keinen Fall mit euren Großeltern, um da nicht das Risiko unnötig zu erhöhen. Trotz Corona gehen wir heute wieder in unsere alten Kategorien. Und da frage ich dich direkt. Die Frage an Melissa wäre, gibt es oder wird es finanzielle Einbußen für dich persönlich geben? Was glaubst du? Das interessiert das... Ja, Entschuldigung. Ja? War das zu Ende? Was glaubst du? Was glaubst du, wie es dich und alle anderen, inwiefern auch in dieser Social-Media-Welt tangieren wird? Das finde ich schon interessant. Darüber darf ich jetzt reden. Das darfst du erzählen. Was ist deine Meinung? Ich denke... Dann kommt meine Meinung. Okay. Ich denke... Es ist... Moment, da müssen wir erstmal drauf anstoßen, auf diese Frage. Wir haben hier natürlich Wein, weil wir uns in Stimmung trinken. Also, es ist, glaube ich, so... Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich glaube, ich bin jetzt, um deine Meinung nochmal vorwegzunehmen, also das, was du mir ja die ganze Zeit sagst... Flo denkt, glaube ich, dass ich nicht so betroffen sein werde. Nein, nein, nein. Meine Meinung kommt gleich. Okay, okay, okay. Also, alle Shootings und so weiter, die ich habe, sind auf jeden Fall schon abgesagt worden. Ich glaube, ich habe das Glück, sofern sich die Company auch gut hält und die Kunden auch immer noch weiter Shootings machen können, dass ich das auch wieder einholen könnte im Prinzip, weil ich da auch das Glück habe, dass es auch vertraglich mehr oder weniger festgelegt wurde. Du redest jetzt von deiner Arbeit als Model. Als Model, genau. Die Jobs, die ich jetzt sozusagen schon fest gebucht hatte, werde ich wahrscheinlich nachholen können, so wie es momentan aussieht. Ich merke gerade schon, muss ich sagen, ich hatte jetzt noch viele Kooperationen in der Pipeline, die ich jetzt gerade fertig gemacht habe. Und heute ist wirklich der erste Tag, wo ich denke, da ist noch eine Sache, die jetzt so neu kommt. Aber es ist nichts Neues reingekommen in den letzten Tagen. Aber das ist auch klar, ja, voll. Aber es ist schon ein krasser Unterschied gewesen. Aber trotzdem war ich jetzt jemand, der nie zum Beispiel so Events und sowas gemacht hat und da irgendwie viel bezahlt wurde oder so. Ich meine jetzt ganz generell, also was glaubst du, inwiefern betrifft dich diese Krise finanziell gesehen auf die nächsten Monate gesehen? In Prozent zum Beispiel. Ich meine jetzt nicht konkret, so und so sieht es bei mir aus und da, sondern ich meine jetzt, ich hatte mir vorgestellt, du sagst jetzt einfach eine Art Prozentzahl. 50 Prozent. 50 Prozent. Ja, würde ich sagen. Das wäre krass, 50 Prozent. Ja, ich glaube schon. Aber das wissen wir alle nicht. Das wissen wir alle nicht. Ich denke schon, dass es, aber ich glaube, dass es schon krasser wird. Ich kann momentan, toi, 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 es ist wirklich so, dass ich, ähm, trotz, also hätte mich das vor anderthalb Jahren getroffen oder vor zwei Jahren getroffen, wäre es wesentlich schwieriger gewesen. Wesentlich. Dadurch, dass ich noch gar nicht so viele Standbeine hatte. Ich war dann nur Model und habe noch studiert. Jetzt haben wir halt den Podcast, ich habe noch Model-Jobs und habe jetzt ja zwei Social-Media-Profile, beziehungsweise bin ja irgendwo auch quasi fest bei About You, bin trotzdem selbstständig, aber habe da den langfristigen Partner. Du hast mehrere Einkommensquellen. Und habe vier Säulen und es wäre weitaus schlimmer gewesen und es gibt noch weitaus schlimmere, schlimmere Umstände, die du haben kannst. Deswegen möchte ich mich da auf jeden Fall zurückhalten, aber unterm Strich bin ich selbstständig, ich bin Freiberuflerin und ihr habt das sicherlich schon in den Medien gehört, das ist nicht ganz easy. Also ich bin noch relaxed, aber ich verstehe alle, die wirklich da sitzen, die vielleicht, keine Ahnung, Raumausstatterin sind oder so und wirklich dann nur diese Einnahmequelle haben, das ist richtig scheiße. Genau, deswegen spreche ich es an und wirklich auch, das haben wir letzte Woche nur kurz angeschnitten, der Punkt, dass es so viele treffen wird, das ist natürlich im ersten Moment oder die letzten Tage hat man jetzt viel von Catering-Business, wir haben ein Restaurant, wir haben ein Café und darüber hinaus muss man sich aber wirklich überlegen, Und deswegen trifft es meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob ich das so auch schon wiedergegeben habe, wird es auf lange Sicht alle oder 95% von uns in irgendeiner Art und Weise als finanzielle Einbuße treffen. Selbst wenn ihr Arbeitnehmer seid, wird eure Firma, wo ihr arbeitet, eventuell, die jetzt wahrscheinlich auch wirtschaftlich stillgestanden hat, die letzten Wochen auch noch stillstehen wird oder zumindest wo weniger bei rumkam, wird es denke ich auf jeden Fall eine Auswirkung geben. Und deswegen glaube ich oder glauben auch viele andere, dass es da weniger bei rumkommen wird, als wie wir es die letzten Jahre gewohnt waren. Aber zum Beispiel denke ich mir auch so, vielleicht wenn viele Sachen nicht so gekommen wären, wie sie gekommen wären, hätte ich vielleicht auch in einem Café angefangen oder so, so während meines Studiums als Jobberin oder sowas. Da denke ich mir halt auch so, wie scheiße ist es denn jetzt, wenn du in einem Café arbeitest, das Erste, was die kleinen Besitzer machen mussten, waren ihre Hilfskräfte im Prinzip zu entlassen, weil die das überhaupt nicht mehr stemmen können. Und du findest ja jetzt keinen Job, ich glaube nicht mal H&M oder sowas stellt jetzt ein. Dass jetzt Leute einstellen, ist halt... Und dann stehst du halt da mit deinem Studentenjob so, das, was du dir so ein bisschen... Da denke ich halt auch, so jetzt mal in unserem Alter, was auch noch voll auf der Fall ist, weil man ja im Studium ist. Und da denke ich auch so, krass ey, das ist doch auch scheiße. Dass es scheiße ist, darum geht es... Nein, nein, voll, das ist ja gar nicht die Frage. Genau, das ist für alle jetzt in Anführungsstrichen scheiße. Und da werden viele, 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 viel mehr mit zu kämpfen haben, als jetzt zum Beispiel du. Darüber hinaus jetzt mal eine Anschlussfrage, die ich auch ganz interessant finde. Wir spielen jetzt mal weiter, in Anführungsstrichen spielen, und sind jetzt im Jahr 2021. Und ich beziehe es jetzt mal auf uns beide und sage, wir haben jetzt im Jahr 2020 um die 30 Prozent weniger verdient. Als Beispiel. Wo, und das können jetzt auch wieder alle Hörerinnen und Hörer auf sich beziehen, wo glaubst du, werden wir, weil an den Mieten, es wird kaum ein Eigentümer die Miete runterschrauben, wo glaubst du, werden die Menschen in Zukunft oder unsere jetzt gerade unsere Hörerschicht oder unsere Generation, die jetzt diesen Podcast hört, keine Ahnung, Anfang 30, Ende 20, wo glaubst du, werden wir einsparen? Was glaubst du, wo werden wir verzichten müssen? Werden wir verzichten müssen? Ist es irgendwie in der Mobilität? Gibt man sein Auto ab? Geht man weniger essen? Hast du da eine Meinung? Ich weiß nicht, auf der einen Seite könnte ich mir vorstellen, dass es, ich meine, nach jedem Einbruch gibt es auch irgendwann wieder diesen Aufschwung und vielleicht hat uns auch, vielleicht wird es auch relativ leicht abgefedert, wenn ich mir jetzt auch das Hilfspaket anschaue und sowas, was natürlich bei vielen, so gerade bei Freiberuflern und Selbstständigen noch nicht so ganz klar ist, wie sich das äußern kann und wird. Aber vielleicht haben wir ja auch so eine Mentalität, dass wir sagen, okay, gerade nach einer Zeit, die wir überstanden haben, dass wir vielleicht auch so Gastronomen oder sowas wieder mehr unterstützen oder das mehr sehen und denen da, gerade in Berlin zum Beispiel, wo einfach das Essen unwahrnsinnig günstig auch ist, dass man sagt, okay. Wenn man richtig guckt. Guckt, genau. Also ich denke, Berliner, die nicht nur an diese ganzen, was weiß ich gehen, die wissen, welche Restaurants ich meine, dass das auch wieder dazu führen könnte, dass man sagt, ey, komm, dann wir gehen trotzdem Kaffee trinken oder wir gehen trotzdem einen Snack holen und so weiter, obwohl wir halt aus etwas gekommen sind, wo es echt brenzlig war. Ja, vielleicht auch so reisen, vielleicht auch, dass man sagt, wieso nicht wirklich dann auch in Deutschland weiter Urlaub machen, wieder zurück eigentlich ins eigene Land, wenn es sowieso wirtschaftlich gerade schwierig war. Das glaube ich, ohne dass ich mir vorher darüber Gedanken gemacht habe, aber jetzt, wo du es gesagt hast, ich glaube, wir werden nicht mehr so einfach 1.000 oder 2.000 Euro für eine Reise nach L.A. oder Kapstadt ausgeben. Ich denke auch. Ja, ich glaube, dass uns das allen auch irgendwie jetzt mal bewusst geworden ist. Ich meine, Globalisierung ist toll. Ich denke auch nicht, dass das irgendwie diesen Rückschritt oder sowas machen würde. Aber ich glaube, wir realisieren in den nächsten Jahren, was wir vielleicht auch im eigenen Land haben, was wir damit tun würden, wenn wir vielleicht auch in Deutschland Urlaub machen würden und dass wir nicht sagen, ja, aber ich brauche hier den Strand und bla bla bla, sondern dass man auch da gar keinen Bock drauf hat. Wir haben 80.000 gestrandete Touristen, die denken sich auch gerade, ja, toll, eigentlich hätte ich mir auch irgendwie, hätte ich auch an den Bodensee fahren können. Ja gut, jetzt im Nachhinein ist es einfach zu sagen, aber was ich aber viel, viel besser finde, ist der Fakt, dass man sagt, keiner oder ziemlich alle Summer Plans sehe ich gerade im Internet so ungefähr cancelt und das aber auch, dass man irgendwie keinen merkt, der sich jetzt groß darüber beschwert, weil alle irgendwie total fein damit sind, weil es gar nicht, da merkt man wieder, sobald es jetzt kein möglich ist, fällt auch so irgendwie, ja, so eine Art von, ja, da muss es auch eigentlich nicht sein. Verstehst du, was ich meine? Also dieses, dass man sagt, für mich ist es jetzt voll okay, wenn ich im Sommer gar nicht wegfahre, es gibt die Möglichkeit nicht und es geht allen anderen genauso und wir kommen alle damit klar, solange wir irgendwie unseren Urlaub machen können. Also ich glaube, das weißt du, ich hatte, aber das lag natürlich, nee, obwohl ich auch nicht so ein bisschen, ich hatte ja nie so ein Issue damit. Aber jetzt generell auf, viele freuen sich ja auf Urlaube. Ja, ja, voll, aber ich zum Beispiel, ich habe immer gedacht, mein Gott, also dann, man kann es sich auch schön in Deutschland machen. Ja, okay, aber das sagt auch eine, die jetzt viel beruflich in New York und L.A. und Kapstadt war. Ich war mal in New York. Du warst nicht nur in New York, du warst... Genau, das meine ich, ja, aber es ist auch, ich hatte trotzdem nicht das Gefühl... Weil du... Nein, ich habe nicht Strandurlaub gemacht in New York. Ich bin zwar viel rumgekommen, aber es war jetzt nicht so, dass ich... Es geht ja nicht generell um Strandurlaub. Es geht ja einfach nur darum, dass du so gesättigt bist und warst von, ich fahre, ich fliege in einem Monat von Kapstadt nach New York, nach L.A., dass du als Person dann natürlich einfach sagen kannst, ey, ich brauche dieses Wegfahren gar nicht, weil ich bin überhaupt mal froh, zu Hause zu sein. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die nicht so sind. Genau, aber in deinem Fall wäre es jetzt, glaube ich, falsch zu sagen, ich habe das noch nie gebraucht. Nee, aber ich wäre... Ja, ist ja auch überall. Ihr habt als Familie nie viele Urlaube gemacht. Nee, haben wir nicht gemacht. Ist doch nicht schlimm, kann ich ja auch sagen. Ist doch nicht schlimm. Ich will jetzt nicht auf die Tränendrüse drücken, aber wir haben nicht viele Urlaube gemacht. Also das kann ich mir vorstellen, um den Punkt abzuschließen, dass man sagt, die Leute werden wahrscheinlich weniger Geld für Reisen. Weil wie gesagt, wenn es 20, 30 Prozent sind, müssen wir auf irgendwas verzichten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es mal das schöne Essen-Gen sein wird. Und nicht, dass wir holen uns jetzt was beim Vietnamesen für 6 Euro, sondern wirklich, dass gehen wir jetzt zum Italiener für 70 Euro. Das vielleicht, dass man sagen kann, das kann schon zutreffen. Ja, aber mal schauen. Ich wollte jetzt auch mit den 50 Prozent, vielleicht sind es auch 40 oder so. Also man kann es nicht einschätzen, weil das habe ich auch selber auch so durchdacht auf der einen Seite, gerade was diese Online-Geschichte angeht. Es ist ja online, wo man sagt, das kann es auch nicht angehen. Aber ich glaube, generell wird es für uns alle auf einmal, könnte es sein, dass es so einen Domino-Effekt gibt, dass es an einer Stelle anfängt, wo man denkt, hä, wieso hat das denn das jetzt beeinflusst zum Beispiel? Und das werden wir aber erst in den nächsten Monaten sehen. Das werden wir vielleicht, ja, hoffen, also ja, Februar, wer weiß, nächstes Jahr. Ja, im Herbst kann ja auch nochmal, also wenn die Grippesaison anfängt, dann kann es auch wieder Corona-Time sein. Und dann können wir wieder zwei, drei Wochen in Quarantäne sein. Das ist alles möglich. Also haben wir nicht gestern so einen Beitrag geschaut, was ist, wie lange man das durchziehen müsste, damit wir komplett safe sind sozusagen? So mäßig zwei Jahre oder so. Nee, aber worüber wir einen Beitrag gesehen haben, was sich auch auf letzte Folge bezieht, ist tatsächlich deine Fledermaus-Story, wie das entstanden ist. Du hattest, also verstehst du, auf was ich hinaus will? Nein. Wir haben doch im Fernsehen Planet Dings geguckt. Ja. Du hast letzte Folge erzählt, dass... Ja, dass Fledermäuse das übertragen haben von Fledermäusen. Genau, und da habe ich doch gesagt, man hört aktuell zehn verschiedene Geschichten, es soll auch aus irgendeinem... Du, du, denn zwei Stunden später haben wir einen sehr validen Bericht auf ARD gesehen. Genau, hast du gerade gesagt. Schatz, das habe ich dir von Anfang an gesagt, das wird so erzählt. Ich wollte dir doch gerade Props geben, ja. Danke, danke, das ist keine Lüge gewesen, dass das von Fledermäusen kommen könnte, aber natürlich ist es noch nicht. Sie haben, wir haben eine ganz spannende Reportage auf ARD gesehen, wo sie, die schon fünf Jahre alt war, wo sie allgemein Virologen mal das Ganze durchgegangen sind, schon damals, nicht am Corona-Beispiel, sondern generell, dass sie gesagt haben... Ebola und SARS war das, glaube ich. Wo diese ganzen... und wie diese Viren überhaupt entstehen und dass es da ganz typisch ist auf Märkten, auf Super... nee, nicht Supermärkten, auf Märkten, wo quasi in Dritte-Welt-Ländern Tiere, die nicht, sag ich mal, komplett verarbeitet sind, sondern noch teilweise irgendwie roh sind... Also die Rede ist von Viren, die eigentlich in einem Tier sind, wie die auf einen Menschen übertragen werden können. Und da sind die halt dem auch vom Grund gegangen, wie das sein kann. Und das ja im Prinzip, dass ja eigentlich von der Zelle ein Fehler ist, dass die einen anderen Wirt oder Virus reproduziert hat, dort einen Fehler und der zufällig dann auf den eines Menschlichen gepasst hat. Genau. Muss mal ganz grob zu erzählen. Eigentlich passt das Puzzleteil nicht. Nicht. Aber es kann sein, dass irgendwann mal eins gefunden wird, was dann in den menschlichen, keine Ahnung, Zelle Wirt aufgenommen wird. Ja, und dann haben sie da Bilder gezeigt. Ich kann es nicht sehen. Mir wird ganz schlecht leider. Mir wird dann irgendwelche... Reptilien... Halb einmal kurz übers Feuer halten und dann die Reptilien aufschlitzen und noch das Blut irgendwie und dann an Leute dort verkaufen. Und dann kurz übers Feuer und dann essen. So das, aber ach nee. Da muss ich aber auch sagen, das sind kulturelle Unterschiede. Das ist einfach was anderes. Wir leben hier in einer Welt, die leben... Genau, deswegen. Inwiefern könnte man denen was vorwerfen, weißt du, wenn es irgendwelche afrikanischen Einwohner oder ich weiß nicht, in welchem Land das in Afrika war, Ghana oder was weiß ich, wo man dann irgendwie sagen muss, die kennen es nicht anders und die wissen es ja auch gar nicht und die haben gar nicht die finanziellen Möglichkeiten. Voll. Und wenn ein Flughund lecker dafür die ist, dann ist ein Flughund lecker so. Dann, klar, voll, aber schon eigenartig. Long time no see. Die Dinge aus dem Alltag zwischen... Sachen, die einem eigentlich egal sein könnten und der Zukunft dieser Erde. Sehr gut. Du hast es auch letzte Woche nicht gesagt, also... Nee, ich bin noch gar nicht mehr im Flow, ey. Wir gehen mal kurz, ähm, kurze Twitter-Statements durch, die eigentlich ganz gut auf die Zeit gepasst haben und wir gucken, wir gucken mal wie... Twitter-Statements von mir und wir gucken mal wie Melli reagiert. Okay. Ready? Ready. Diejenigen, also... Eins. Diejenigen, die sich aktuell trauen, ohne Einkaufsbeutel aus dem Haus zu gehen, kümmern sich auch sonst nicht um die Meinung anderer. Ja, das ist sehr witzig. Wir waren ja gestern, vorgestern auch einkaufen. Zweimal beim... Wie jeden Tag. Wir sind aktuell täglich zweimal einkaufen. Das ist aber... Wir vergessen aber auch so viele Sachen, also unglaublich. Und wenn wir das zweite Mal einkaufen gehen, nehmen wir einen Einkaufsbeutel mit, damit uns keiner verurteilt, dass wir... Ja, wir gehen ja wirklich was kaufen. Ja, wir gehen wirklich was kaufen. Aber es ist witzig, wie viele Einkaufsbeutel... Man hat jahrelang versucht, gegen die Plastiktüten zu kämpfen. Auf einmal tauchen alle Einkaufsbeutel dieser Welt auf. Das stimmt. Aber finde ich auch gut. Ganz amüsant, ne? Ja. Zweiter? Ready? Ja. John, 28 Jahre. Hauptsache, die Krise zeigt meinem Arbeitgeber, dass ich genauso gut von zu Hause aus arbeiten kann. John, 28, hat heute effektiv anderthalb Stunden gearbeitet. Ich kann... Ich weiß nicht. Ist es so? Ist es so? Oh Mann. Also ich kenne viele, die Homeoffice machen. Ich weiß selber von mir, dass ich in der Bibliothek besser lernen kann als zum Beispiel zu Hause. Die Leute, die ich kenne, die Homeoffice machen jetzt oder auch schon davor, die sagen generell, alles schön und gut und die Technik macht es möglich und die Arbeitgeber können sich da lockerer machen. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, kenne ich wenige, die sagen, ich schaffe genauso viel zu Hause, wie ich im Job schaffe. Ich glaube, weil man einfach anders konditioniert wurde. Also ich kann es wesentlich besser, würde ich einfach mal meinen, weil ich nie ein Gebäude hatte, ein Büro hatte, das ich mit Arbeit assoziiert habe. Ich habe genau, weil ich gar keine andere Möglichkeit hatte, als ich das Studium angefangen habe, zu Hause angefangen, weil es zeitlich gar nicht möglich war und hat mir das so krass eingeprägt, dass ich irgendwann die Entscheidung treffen musste, dass ich nicht mehr zu Hause lernen kann. Weil das Einzige, was ich wirklich zu Hause gemacht habe, war Lernen und da hast du da, im Umkehrschluss ist es nämlich so, dass dein Zuhause plötzlich nicht mehr dein Zuhause ist, sondern dein Büro ist und dann kommst du gar nicht mehr richtig runter. Deswegen glaube ich, wenn ihr draußen vielleicht so Freiberufler seid oder sowas, vielleicht könnt ihr euch damit auch nicht so krass identifizieren, weil ich glaube, wenn man keine andere Wahl hat, ist man auch sehr produktiv. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist immer so eine heikle Sache zwischen deinem wirklich Ruhe, deinem Ruheort und deinem Relaxort, dass man das immer wahren sollte. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch diesen Artikel gelesen, dass eventuell das Ganze jetzt hier auch die Arbeitseinstellung revolutionieren könnte in Deutschland. Bei den anderthalb Stunden, die John effektiv gearbeitet hat? Nein, aber natürlich, dass man auch sagt, pass auf, es gibt nicht nur Johns, sondern es gibt dann auch vielleicht Personen wie mich, die einfach sagen, danke, dass ich jetzt nur noch zu Hause arbeiten darf, weil es hätte einiges erleichtert. Dann hätte ich mich nicht mit meiner Frau zerstritten, wer das Kind zur Kita bringt morgens, sondern wir hätten das flexibel einrichten können, dass ich nämlich erst mal im Homeoffice bin oder dass die Mutter dann im Homeoffice ist. Ich glaube, festhalten kann man, dass man sagt, wenn es, wie du es jetzt beschrieben hast, in einer familiären Situation erleichtert es wahrscheinlich viel mehr als jetzt zum Beispiel in einer Single- oder Paar-Situation. Und dann den Punkt, den du eben auch gesagt hattest, Leute, die von Anfang an gelernt haben, so zu arbeiten, für die ist es was anderes, glaube ich, als diejenigen, die von einem Büro kommen und für die zu Hause wirklich nur Wohnzimmer, Essen und Schlafen ist. Das ist, glaube ich, wo man sagen kann. Plus, ich glaube, auch viele, die eine Familie haben, die denken sich so, ich will gar nicht im Homeoffice sein, ich freue mich, irgendwie auch mal rauszukommen, das darf man auch nicht vergessen. Aber ganz grundsätzlich, ja, es gibt bestimmt einige, die das jetzt auch ausnutzen, die einfach sagen, so ganz ehrlich, weil das Meme, was einer gepostet hat, von wegen auf einmal können Meetings, können in einer E-Mail zusammengefasst werden. Dann bin ich auch ehrlich, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber teilweise, wenn ich so Unternehmensalltage gesehen habe, wo ich denke, ey, das ist ein Phone-Call so ungefähr und die machen hier eine Welle und machen 45 Minuten Meeting, wo ich denke, das kann auch alles sehr viel effektiver abgehandelt werden und viele Prozesse sind echt dann immer hier, also irgendwie muss dann auch aus der Abteilung was kommen oder aus der Abteilung was kommen. Und ich sage, da werde ich irre. Also da bin ich so froh, für mich der eigene Chef irgendwo zu sein. Ich habe einen Freund, der arbeitet in einer relativ großen Firma in Deutschland, ich sage jetzt nicht den Namen, und der hat mir mal erzählt, dass er an was gearbeitet hat und er und sein Kollege rausgerufen worden sind, weil es dann ein Meeting gab mit der kompletten Firma, die an dem Standort dann sich versammelt hat. Und der Grund des Meetings war dann, dass zwei, drei Männer und Frauen eine neue Idee hatten bezüglich einem Farbkonzept für die Ordner. Und sowas wurde dann präsentiert und er hat dann gesagt, dafür muss ich jetzt meine Arbeit unterbrechen. Also wo man sagt, viele Meetings könnten auch Mails sein, um das dann in Anführungsstrichen festzuhalten. Punkt drei, der letzte Tweet. Der Beruf bzw. die konkrete Ausführung des Postboten macht endlich mal Sinn, da die meisten jetzt um 13.32 Uhr zu Hause sind. Ja, und was ist passiert? Mein Paket liegt bei einem anderen Paketshop, mein Paket liegt bei der Nachbarin. Ja, er kommt leider nicht hoch bzw. die Postboten, nein, man muss wirklich sagen, ich bin bei diesem Postboten-Bashing ein bisschen raus, weil wir wissen alle, die kriegen so ungefähr wahrscheinlich nicht mal Mindestlohn und jede Woche ist eh ein Neujahr, weil die das alle nicht durchhalten, Zeitdruck. Wir hatten witzigerweise auch mal eine Werbeanfrage von einem Unternehmen, nein, obviously sage ich es nicht. Und das haben wir dann damals tatsächlich auch abgelehnt, weil bei den Arbeitsbedingungen und der Druck, der den Leuten gemacht wird, muss man da sehr, sehr vorsichtig sein. Und ganz ehrlich, wenn du 70 Pakete von 9 bis 18 Uhr ausliefern musst und du dann keinen Bock hast, in Stock XY zu latschen, wer weiß, vielleicht werden wir alle genauso. Daher, careful. Ich habe gehört, das hat meine Nachbarin jetzt gesagt, dass man wohl beantragen kann, dass man Geld dafür bekommt, wenn man Pakete annimmt. Weil, und das ist vielleicht gar nicht so verkehrt oder das ist gar keine Lüge, die Postboten bekommen für jedes Paket, was sie an Nachbarn abgeben, bekommen sie Geld. Deswegen ist es auch so, dass die ganzen Paketshops nicht, also dass sie nicht direkt die Paketshops ansteuern, sondern dass sie es mit allen Mitteln versuchen, an einen Nachbarn zu geben. Weil ich schon öfter gesagt habe, bitte, 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 gib es nicht an einen Nachbarn, weil ich zeitmäßig manchmal darauf mich verlassen muss, dass ich das dann habe, aber die Nachbarn natürlich nicht zu Hause sind. Das ist ja klar, ich will ja nicht sagen, der Nachbar bleibt für immer zu Hause. Aber ich habe denen ganz oft gesagt, bitte, nehmen Sie das nicht an. Es ist ein bisschen schwierig, wenn Sie dann irgendwie nicht da sind und so. Keine Chance, du kriegst die Postboten nicht dazu. Ich habe die schon so oft darum gebeten, das einfach bei uns im Paketshop abzugeben. Keine Chance. Und jetzt soll das ja anscheinend sein, dass man dafür Geld bekommt. Ich finde, also als Nachbar, ich weiß nicht, findest du es gut? Ja, also ich weiß gerade nicht, also auf was willst du hinaus? Keine Ahnung, das habe ich nur gehört. Also ich weiß, dass zum Beispiel die Paketshops selber ja aber auch Geld pro Paket bekommen. Deswegen entscheiden sich ja manche dazu, zum Beispiel dann auch ein DHL, ein Kiosk entscheidet sich dann dazu, ein DHL-Shop zu werden. Nicht, weil es Bock hat, dass die ganzen Kisten da stehen, sondern weil die ja auch pro Paket Geld bekommen. Dann bekommt bestimmt dann der Paketshop das Geld für die Pakete, die dann dahin geliefert werden. Und wenn der Postbot es aber schafft, alle abzulösen, dann kriegt er das Geld bei jedem Nachbarn. Wenn wir bei den Hörerinnen und Hörern jemanden haben, der sich da wirklich auskennt, dann soll der mal Melissa schreiben bei Instagram, oder? Ja, wir haben ein paar tolle Postmitarbeiterinnen. Die haben ja auch alle geschrieben, als ich meine Storys gemacht habe über die Post. War auch ganz normal. Also ich habe ja nicht gehellt, weil ich zum größten Respekt wirklich, aber ich finde es schon witzig, wenn ich hinter denen herlaufe, hinter einem fahrenden DHL-Auto. Das war auch gar nicht gegen dich. Ich meine nur, es gibt ja immer dieses grundsätzliche Bashing. Nein, auch gegen Deutsche Bahn. Wir sind die größten Deutsche Bahn-Fans. Ja, das stimmt. Wovon sind wir auch Fans? Nicht viele Sachen, aber eine davon ist natürlich BookBeat. Und da kommen wir auch schon zum Sponsor. Das war eine gute Überleitung, Schatz. Kompliment. Und zwar der Sponsor der heutigen Folge ist, ähnlich wie Koro und inzwischen auch Blinkist, einer unserer längsten Sponsoren, und das ist BookBeat. BookBeat ist eine App, mit der euch tausend Hörbücher zur Verfügung stehen. Und gerade jetzt in der Quarantäne-Zeit haben sie natürlich gesagt, Florian und Melissa, macht nochmal darauf aufmerksam, dass die Hörerinnen und Hörer mit eurem Code einen Monat BookBeat Premium umsonst hören können. Ihr geht auf bookbeat.de slash 220er. Und wenn ihr das nicht gemacht habt, dann nutzt das mal aus, weil dann bekommt ihr einen Monat kostenlos den Premium-Zugang. BookBeat hat zwei verschiedene Modelle, ein Standard-Abo und ein Premium-Abo, und ihr bekommt dann quasi für einen Monat das Premium-Abo. Und wir haben uns heute mal reingehört, was wir ganz interessant fanden, in das Buch Factfulness. Von Hans Rosling. Genau, und da geht es so ein bisschen darum, dass man sagt, grundsätzlich neigen, ist jetzt ganz, nein, nicht witzig, aber aufgrund der Corona-Krise ist natürlich, das ist jetzt ein bisschen anders, aber in diesem Buch werden so ein bisschen der Menschheit Fakten vors Auge geführt, dass man sagt, so schlimm oder so dramatisierend, wie unsere Gesellschaft es manchmal macht, wie es aktuell auf der Welt ist, ist es gar nicht. Also wenn man sich mal überlegt, dem Menschen geht es so gut wie noch nie, wie gesagt, jetzt das war alles vor der Krise, aber grundsätzlich kann man sagen, hier sind die Fakten und kommt etwas runter, jubelt nicht alles ins Negative hoch, sondern es gibt auch Good News, hier sind die Fakten. Und wir können das, wir haben selber heute erst reingehört, ja, wir sind ganz ehrlich zu euch, wir können darüber noch kein komplettes Fazit ziehen, aber ich habe es auch bei Instagram ein, zweimal gesehen, Factfulness von Hans Rosling, das können wir euch auf jeden Fall mal ans Herz legen, vielleicht überholt ihr uns auf bookbeat.de slash 22er. Werbung Ende. Ja, das ist so ein bisschen das, was wir ja auch immer gesagt haben mit den Realitäten, ne? Deine Realität ist ja nur das, was du siehst in deinem Kosmos und dann ist auf einmal alles, so manche Dinge findest du zum Beispiel viel schlimmer, als ich sie finde, weil das nur davon beeinflusst ist, was wir erlebt haben und deswegen ist sowas echt gar nicht schlecht. Warum bist du so braun aktuell überhaupt? Du siehst super aus gerade. Ich war, und das ist jetzt auch nicht schlimm, dass ich das sage, ich möchte niemanden dazu annehmen, ich war im Solarium einfach. Außerdem, also erstens ist es gar nicht schlimm und zweitens ist das sechs Wochen her, das ist bestimmt nicht, aber ich war 20 Minuten und in Kassel, in Kassel sind die Sonnenbänke einfach nochmal was anderes. Schatz, es ist wirklich so, ich gehe hier in Berlin, es geht nicht. Die sind einfach, die sind einfach wahrscheinlich vom Staat überprüft, die in Kassel werden von jemandem überprüft. Man muss dazu sagen, Melissa war das letzte Jahr in Berlin vielleicht einmal auf der Sonnenbank, wenn überhaupt. Ja, und es hat nichts gebracht. Dann habe ich es auch aufgelassen und da habe ich für zwölf Minuten zehn Euro bezahlt, das habe ich auch nicht mehr gesehen. Ich wollte dir auch nur ein Kompliment machen, dass du gut aussiehst gerade, ich wollte nicht. Aber ich saß auch am Fenster, ist nämlich auch schön. Und jetzt, wenn Leute mich fragen, wie ich die Quarantäne überstehe, ohne Witz, mir macht das gar nichts. Mir reicht es, wenn ich am offenen Fenster sitze und vielleicht einmal einkaufen war oder vielleicht mal eine Runde joggen war, was wir jetzt tatsächlich auch noch gemacht haben. Das passt für mich, ehrlich gesagt. Aber vielleicht ist es auch wirklich einfach nur der Fakt, dass es auch das war, was ich auch jetzt mir seit Wochen gewünscht habe. Kann auch sein. Das ist wieder, was wir vorhin auch gesagt haben. Das ist von einer Person, die von Reisen, Reisen, Reisen kommt. Ja, aber vielleicht, da draußen habt ihr vielleicht auch, könnt ihr auch mal irgendwie sagen, wie das bei euch ist. Ob ihr sagt, mir fällt die Decke auf den Kopf oder ihr könnt das relativ gut handeln und es ist nicht, weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir zwei Stunden Netflix schauen, sondern für mich ist... Das Witzige ist, viele neigen dazu zu sagen, wir haben aktuell, oder alle haben aktuell so viel Zeit. Melissa und ich kommen nicht dazu, viel so zu machen, was wir, wo wir, was wir sonst immer an Sonntagen gemacht hätten. Also, und ich glaube, das geht auch anderen Hörerinnen und Hörern so, dass man sagt, wenn man jetzt seinen normalen Alltag einfach weiterführen kann von zu Hause, ist ja jetzt nicht so, dass man mega viel Zeit hat für Netflix und Co. Deswegen... Schreibt uns an 220.gmx.de. Wir haben sowieso einige Mails die letzten Tage bekommen. Es scheinen viele alte Folgen noch nachzuhören, weil dann doch jetzt zumindest für Podcast die Zeit ist. Und bei unserem Thema heute, kurz und knackig, kommen wir noch, da haben wir uns, beziehungsweise habe ich, mir was Cooles überlegt und Melissa stimmt zu. Ja, wow, das ist so cool. Und was ist es, Melissa? Das sind Sachen, die man für eine Beziehung macht, um diese aufrechtzuerhalten. Das ist doch ganz einfach. Das sind die Beziehungs-Quarantäne- Aufrechterhaltungstipps. Denn ich habe schon ein paar Mal erwähnt, mein Quarantäne-Partner in Spee ist ja Florian Heinrich. Gerl. Und wie sich das verhält, also wie ist das, ob wir danach wirklich noch heiraten werden dieses Jahr, das wissen wir noch nicht. Ich habe einen Meme, habe ich auch gesehen. Was gibt es in neun Monaten mehr? Schwangere Frauen oder getrennte Frauen? Also ich glaube, wir haben ja das Glück und ich glaube, da haben andere echt zu kämpfen mit, dass wir diese Art von Homeoffice, es sei denn, ich war irgendwo, ja immer gehabt haben, weißt du. Du bist zwar zur Bibliothek gegangen, aber es war, es ist was anderes, als wenn du über Jahre jeden Tag ins Büro gehst oder jeden Tag zu deinem Job gehst. Das ist einfach was anderes. Und ich glaube, was noch dazu kommt, je nachdem, wie das jetzt bei den Hörerinnen und Hörern ist, hat man zwei Zimmer oder hat man wirklich nur ein Zimmer? Also wenn man sich gar nicht aus dem Weg gehen kann und wie gesagt, es kommen jetzt die Beziehungs-Quarantäne- Aufrechterhaltungstipps und da noch kommen die Single-By-Launo-Bleiben-Tipps. Habe ich das richtig ausgesprochen? Bei-Launo-Bleiben-Tipps. Single? Single-By-Laune-Bleiben-Tipps. Ja. Ich wollte es nur noch mal aus deinem Mund hören. Und da muss man, da ist der erste Tipp, dass man wirklich sagt, versucht euch, wenn ihr merkt, es wird gerade viel und wir sind eigentlich 24 Stunden jeden Tag aufeinander, wirklich in Anführungsstrichen den Partner aus dem Weg gehen, je nachdem, wie es in eurem Space möglich ist. Das heißt, habt ihr mehr als ein Zimmer, wir haben jetzt zum Beispiel zwei, dann sagt man wirklich, du in das eine, das machen Melissa und ich seit Tagen, du in das eine, ich in das andere, was sag ich mal von neun bis siebzehn Uhr jetzt gilt. Wenn ihr sagt, wir haben aber nur ein Zimmer und wir müssen beide arbeiten und der eine muss nicht, schwierig glaube ich ist es, wenn der eine nicht zu tun hat und die andere Person muss aber arbeiten, dann, ich weiß, stay safe und stay at home, eventuell trotzdem mal alleine, wirklich bevor ihr euch die Köpfe einhaut, einmal eine Runde um den Block, hat deine Mutter auch mal gesagt. Immer wenn es wirklich so wird, dass man, dass die Emotionen überhand bekommen, immer die Wahl rausgehen, wirklich, weil du kriegst, wenn zu viele Emotionen drin sind, du hast keinen klaren Kopf, du sagst Sachen, die nicht mehr zurückgeholt werden können und das bringt alles nichts. Aber wirklich Flo, ich weiß, ich kenne mich selber, ein Zimmer, Leute Respekt, wenn ihr das so durchzieht, weil ein Zimmer, das würde mich so nerven. Das würde bei dem Drachen Melissa nichts, wir würden nicht heiraten auf jeden Fall. Punkt zwei, behaltet eure Routinen so gut wie möglich bei. Sprich, wenn ihr sagt, ich bin sonst auch immer morgens um sechs zum Sport und habe dann kurz gefrühstückt und gehe dann, macht die Sachen, die ihr noch machen könnt, sei es dann meinetwegen auch sogar ein Homeworkout, wo ihr dann irgendwie auch probiert, den Partner natürlich nicht zu stören, aber trotzdem noch probiert, euren Rhythmus beizubehalten. Nur weil man jetzt sagt, es findet alles zu Hause statt, empfehlen wir euch oder so wie wir das für uns am besten jetzt durchführen, dass man wirklich sagt, werft nicht alles über Bord an Routinen. Frühstückt auch um sieben, wenn ihr sonst um sieben gefrühstückt habt, macht euren Sport, geht eventuell kurz mal ein Brötchen holen zum Supermarkt irgendwie bevor ihr mit der Arbeit beginnt um acht oder um neun und ja genau, ich glaube viele oder ein, zwei Freunde von mir haben geschrieben, dass es teilweise trotz Arbeit und trotz Homeoffice fast schon so eine Sonntagsatmosphäre aufkommt, was glaube ich dann auch gerade in der Beziehung schwierig ist, wenn man merkt, es wird jetzt so ein Rumgehänge. Habt einfach, und das ist auch sehr, sehr wichtig, also erstmal müssen wir auch sagen, wir haben bestimmt auch viele Hörer, die das gar nicht gerade anspricht, weil die genau diejenigen sind, die gerade ganz normal weiterarbeiten und das den ganzen Laden am Laufen halten. Also danke erstmal dafür. Wie deine Mutter. Zum Beispiel. Und danke, dass ihr euch das trotzdem anhört, über was wir hier gerade reden. Absolut. Viele gehen natürlich ganz normal weiter zum Job. Aber ganz wichtig und das gilt auch für Leute, die ganz normal arbeiten gehen, die vielleicht jemanden zu Hause sitzen haben, der im Homeoffice ist, Respekt voreinander zu haben, dass man sagt, auch wenn man am Sonntag, wie oft ist es auch bei uns so gewesen, dass ich am Sonntag was machen musste, weil ich gerade zum Beispiel täglich einfach auf einem Channel bin und wo man sagt, ey, es ist Sonntag und wo man dann denkt, ja, es ist halt nun mal gerade so. Genauso wie es nun mal gerade ist, dass man im Homeoffice ist und sich anfühlt, als würde man nicht richtig vorwärts kommen und dass man keinen richtigen Feierabend hat oder dass man gar nicht erst richtig hochkommt. Helft eurem Partner dann. Ihr wisst, wie ihr den vielleicht auch dann anfixen könnt, wie ihr einfach ein guter Partner sein könnt. Verführt ihn ab und zu nochmal, auch das nicht vergessen. Ach okay, war das gerade eine Anspielung oder was? Die ab und zu meine Verführung, das entspannt euren Partner sicherlich auch. Ja, mich wünsche ich würde das auch entspannen. Pass mal auf. Ja, passt du mal auf. Das ist gar nicht passiert. Okay, das war's. Ciao. Und Punkt drei, ja, wir machen Schlag auf Schlag weiter. Private Konversationen am besten nur dann führen, wann sie auch sonst stattgefunden haben. Auch hier natürlich, Voraussetzung, beide sind zu Hause. Ja, wenn ihr noch alleine zu Hause seid und der andere Partner muss zum, oder geht noch zum Beruf, geht noch auf den Job, seid froh, ja, dann entgeht ihr dem Problem, aber nicht irgendwie anfangen, wenn ihr jetzt in zwei verschiedenen Zimmer seid, um elf reinzukommen und kurz zu schnacken, um zwölf nochmal zu schnacken, da macht man sowieso Mittag zusammen, um dreizehn, also ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das bedeutet, Flo und ich haben jetzt tatsächlich sieben Tage, nee, sechs sind es jetzt, wir haben gar nicht geredet, weil wir wussten, dass der Podcast kommen würde und das haben wir uns einfach aufgespart. Nein, du hast meinen Punkt missverstanden. Spaß, aber du hast voll recht, das habe ich jetzt auch mit einer Freundin gesprochen, die haben richtig, wo sie gesagt hat, ey, das ist voll schön, jetzt wo mein Mann zu Hause ist, haben wir richtig schöne Routinen. Morgens, mittags, abends, dazwischen wird gearbeitet, das kann auch was Schönes sein und sich nicht dann die ganze Zeit auf den Sack gehen. Deswegen meinte ich ja, ich bin total froh, wenn du aus dem Zimmer kommst und einfach an mir vorbeigehst und ich da zwar gerade so sitze, als hätte ich nichts zu tun, weil ich an meinem Handy rumhänge, was aber dann irgendwo mein Job ist und das ist halt dieses, siehst du gerade, so respektierst du das und nur weil du zum Beispiel gerade einen Podcast hörst über Jura, das ist genauso für mich eine Wichtigkeit ist, dass ich nicht da rumquäke, so ungefähr. Obwohl ich denke so, ja, ist voll langweilig. Punkt vier und da bin ich gescheitert und zwar mit Blamagen, wie nennt man das? Blamablen abschneiden. Spielt mal wieder Spiele. Melissa und ich haben angefangen, Stadt, Land, Fluss, ich habe es Jahre, ich habe es nie richtig gespielt. Melissa hat es relativ viel gespielt, was ich dann auch zu spüren bekommen habe. Ich war aber sehr fair. Ich habe dann, wir haben dann nicht mehr Stopp gesagt, also nur für diejenigen, die auch Stadt, Land, Fluss spielen. Das war ein Stadt, Land, Fluss ohne Stopp. Das war ohne Zeit. Das heißt, ich war fertig und habe trotzdem noch mal sechs Minuten gewartet. So. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, Melissa und ich haben angefangen und ich war noch bei Stadt, Land und Melissa war schon fertig mit Stadt, Land, Fluss, Name, Tier, Beruf. Name, Tier, Beruf. Und ja, es war aber trotzdem sehr witzig und wir hatten viel Spaß. Ich versuche ja jetzt immer noch, ich versuche gerade von meiner Nachbarin Kartenspiele aufzutreiben, weil wir versuchen werden, das morgen Abend zu spielen und wollen wir jetzt eigentlich noch die, sorry für die Ausschriften, weil ich hatte ja Geburtstag, wollen wir jetzt noch was über Single sagen? Na klar. Ach so, okay, dann sag. Quick and Dirty, die Single bei Laune bleiben Tipps. Erstens. Unterhaltungsportale, die ein Gemeinschaftsgefühl suggerieren, konsumieren. Habe ich das nicht gut formuliert? Also, Podcast. Wie 2020er. Wie 2020er. Talkshows wie 2020er. Und auf YouTube. Unterhaltungsportale. Oder auf YouTube jegliche anderen Jimmy Fallon und Co-Shows, dass man so ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl hat, wir sind beides Einzelkinder, wir haben eine Fernbeziehung. Wir waren selber nicht immer unbedingt viel in der Woche mit Leuten zusammen, wo man sagen muss, mir hat das immer geholfen. Ich habe alleine super viel, ich höre alleine super viel Podcasts, Talkshows und Co. Punkt 2, Melissa. FaceTime Group Calls. Voll. Und weißt du, das wollte ich gerade sagen, das ist gerade voll der Indikator für Menschen, die sowieso mit sich alleine sein können und Menschen, die es nicht können. Ich bin gerade nicht gut darin, zu kommunizieren, sozial zu sein, weil, und das klingt so krass, aber Social Distancing ist für mich überhaupt nicht schwer. Das ist, ich, wie geht es dir? Hast du das Gefühl, dass das dir so schwer fällt? Nee, weil bei mir aber auch soziale Kontakte immer schon viel auch mit den Hilfen von Internet stattgefunden haben und ich das einfach so beibehalten habe. Was jetzt nicht heißt, dass ich viel, warum lachst du? Was nicht heißt, dass ich viel bei WhatsApp und so bin, aber wo ich sage, ich habe meine Freunde, viele Freunde in Hamburg, die sehe ich aktuell eh nicht, weil ich in Berlin bin, dass die Möglichkeit besteht für mich nicht. Und dann, ich habe jetzt kurz mit denen, also generell kann man sagen, ich würde mich auch aktuell nicht mit meinen Freunden treffen wollen, aufgrund der Situation. Nee, aber zum Beispiel, es gibt total viele, die jetzt täglich FaceTime, Skype, und das ist voll schön und ich denke dann halt auch so, keine Ahnung, man sieht irgendwie im Live-Chat und so, und mit wem telefonierst du jeden Tag und machst FaceTime und so was und ich frage mich dann so selber und denke mir so, alter Melissa, du hast nicht mal, du fühlst nicht mal die Notwendigkeit in so einer Situation anzufangen mit FaceTime. Da frage ich mich schon ein bisschen, was ist mit mir los? Bin ich ganz ehrlich? Bei mir ähnlich, wobei ich sagen muss, das wäre bei uns glaube ich anders, wenn wir jetzt nicht uns beide hätten zum Beispiel. Voll. Das merke ich voll. Immer wenn wir dann, also sobald ich hier alleine bin, habe ich auch richtig das Gefühl, Florian fehlt mir. Und danach dann jetzt... Florian fehlt mir. Und danach dann... Florian fehlt mir. Und wenn ich dann auch mal... Florian muss wer... Nein, dann auch mal, ich könnte mich mit meinen Freunden treffen. Und Florian. Und jetzt ist aber die Frage, ganz kurz, Florian hat gerade sein Weinglas ausgetrunken, Leute, es ist vorbei, wir müssen jetzt sofort abbrechen, das ist sonst... Jetzt wird es richtig heikel. Lass mich nur das zu Ende reden. Leute, er ist betrunken. Nein, Quatsch. Aber du bist ein bisschen angetrunken, ne? Nein. Oh Gott. Okay, Leute, wir müssen abbrechen. Nein, ich lache nur. Jetzt habe ich aber vergessen, was ich sagen wollte. Ja, also schieb deinen misskommunikativen Erfolg jetzt nicht auf mich, nur... Da lört schon jemand. Also, wir halten fest. FaceTime-Group-Calls, Punkt zwei. Punkt drei. Tatsächlich, wie gesagt, ich habe in Berlin jetzt nicht viele Freunde oder viele Kontaktmöglichkeiten. Würde ich euch... Was ist die Empfehlung aktuell? Viele Bundesländer haben die Kontaktsperre weiterhin verschärft, dass man sagt, wirklich nur noch mit Familienmitgliedern, die sowieso in der eigenen Wohnung sind, rausgehen. Vielleicht besteht bei euch noch die Möglichkeit, euch auf Abstand mit einem Freund oder einer Freundin draußen zu treffen, wenn ihr Single seid, wenn ihr euch einsam fühlt. Es ist... Wir wollen hier weder eine Empfehlung geben, noch uns dafür oder dagegen aussprechen. Das müsst ihr selber wissen, ob ihr euch irgendwie draußen auf Abstand sehen wollt oder nicht. Das waren quasi noch die Single-by-Laune-bleiben-Tipps. Und ganz was Positives, wie schön ist es bitte? Ich weiß jetzt leider nicht, wie es bei dem Rest in Deutschland aussah, aber dass die Sonne scheint. Ich bin so glücklich, dass die Sonne scheint, weil man einfach aus dem Fenster schaut und schon gut gelaunt ist. Also wirklich, ich hoffe, der Wettergott macht noch ein bisschen weiter so, weil... Sonst wären wir, glaube ich, auch... Sonst würde es uns allen schlechter gehen, wenn man jetzt wirklich sagt, es ist nur grau draußen, was jetzt das... Wie nennt man das? Nicht depressiver, aber das Level von der Psyche her wird es, glaube ich, noch mehr belasten. Also danke... Pedros. 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 Oder Grieche, oder was ist das? Pedram. Danke, lieber Wettergott. Ja, danke. Jetzt werden wir nochmal richtig so sentimentale. Du fängst jetzt an zu lullt. Du fängst... Ich habe gerade extra gelullt. Ich kann ganz normal reden. Empfehlt uns, euren Freundinnen und Freundinnen, wenn die in der Quarantänezeit alleine sind und nochmal einen Podcast brauchen, können die uns bei WhatsApp... Oder wenn die Liebeskummer haben, haben wir tolle Liebeskummer-Folgen. Wir haben viele Folgen. Wir haben 57 Folgen. Mich hat jetzt auch ein Freund gefragt, der Moritz. Wer hat jemanden... Wirklich, der kennt jemanden, der hat Liebeskummer, der so... Welche Folge war nochmal Liebeskummer? Ey, das könnt ihr einfach ohne Kommentar weiterschicken. Katsching. Wenn ihr irgendwelche... Katsching. Irgendwelche Kandidaten habt, wo ihr sagt, das muss jetzt diejenige Person hören, könnt ihr das einfach so weiterleiten. Toll. Falls ihr von uns die Schnauze voll habt, bookbeat.de slash 220er, könnt ihr abchecken, wenn ihr uns irgendwie da nochmal einen Gefallen tun wollt. Schließt diesen Probemonat ab und genießt einen Monat Hörgenuss. Oder, Melissa? Das mach ich jetzt. Bookbeat statt Florian Geil. Denn Melissa hat die Schnauze voll von mir. Endlich mal Urlaub. Wir haben immer noch kein Intro, Outro und wir sind raus. Dim, 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 dim. Das war's. Ciao. Tschüss. Tschüss.